Ich bin Sabiul Mustafa. Ich komme aus Bangladesch und seit zweieinhalb Jahren bin ich hier in Deutschland. Viele fragen mich, warum ich in Deutschland bin oder warum ich Deutschland ausgewählt habe. Die Antwort ist natürlich, dass Deutschland eine sehr gute Ausbildung bietet und auch das Studium hier umsonst ist. Deswegen wollte ich nach Deutschland kommen und jetzt studieren. Ich studiere angewandte Informatik seit eineinhalb Jahren. Ich bin jetzt im dritten Semester.